Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute soll es um das Apple-Event gehen, das gestern stattgefunden hat. Also im Groben und Ganzen um die Apple Watch Series 2 und das iPhone 7. Also viel Spaß mit dem Video. Aber neben der Apple Watch und dem iPhone hat Apple auch über andere Dinge gesprochen. Zum Beispiel wird nun bald auch Super Mario Run für iOS rauskommen. Und jetzt wo der Hype vorbei ist, auf Pokémon Go für die Apple Watch. Bei der Apple Watch gibt es einige coole Erneuerungen. Zum Beispiel hat sie jetzt einen Dual-Core-Prozessor. Außerdem ein zweimal helleres Display und sie ist wasserdicht bis zu 50 Meter. Außerdem hat die Apple Watch jetzt ein eingebautes GPS. Und man kann sie also beim Laufen ohne das iPhone verwenden. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Außerdem soll es jetzt eine Watch geben, die von Nike gebrandet ist. Somit hat man ein paar zusätzliche Apps, die besonders beim Laufen praktisch sind. Und ein neu anderes Armband. Die Apple Watch soll ab dem 16. September erhältlich sein und in der günstigsten Variante 419 Euro kosten. Außerdem gibt es eine neue Variante der Apple Watch und zwar in Keramik. Für die muss man aber dann ganze 1449 Euro ausgeben, wodurch sie eigentlich für fast alle uninteressant wird. Die Apple Watch in der Nike Edition soll übrigens Ende Oktober erhältlich sein. Was für die meisten am wichtigsten zu sein scheint, ist, dass es das iPhone jetzt in zwei neuen Farben gibt. Einmal in diamantschwarz, an der das iPhone glänzend schwarz ist. Und ein einmal normal schwarz, das eher so ein mattes schwarz ist. In allen Variationen des iPhones gibt es jetzt eine neue Kamera. In der kleinen ist es eine 12 Megapixel Kamera, die nun endlich eine optische Bildstabilisierung hat. Die Blende ist 1.8, wodurch sie sehr, sehr lichtstark ist. Das Objektiv besteht jetzt aus sechs einzelnen Linsen und die Kamera hat jetzt einen True Tone Flash. Das größere Modell der iPhones hat zwei Kameras. Eine für die normale Größe und einmal für weiter reingezoomt, sodass man auch weiter reinzoomen kann und die Qualität des Bildes immer noch scharf ist. Außerdem soll noch ein Feature für das iPhone 7 Plus kommen, bei dem man einen tiefen Effekt erschaffen kann, wodurch der Hintergrund mehr Bokeh hat, also unschärfer ist als zum Beispiel jetzt gerade hinter mir. Der Akku beim iPhone 7 soll nämlich zwei Stunden länger halten, als der vom iPhone 6 ist und das ist schon eine Menge. Wie wir alle schon vor der tatsächlichen Keynote wussten, wurde natürlich der Kopfhöreranschluss weggelassen. In der Box liefert Apple aber Lightning Earpods mit, sodass man die Kopfhörer auch ganz einfach über den Lightning Anschluss einstecken kann. Und außerdem gibt es einen Adapter von Lightning auf 3,5 mm Klinkenstecker. Das ist meiner Meinung nach fast beste Feature ist, dass das iPhone jetzt endlich IP68 Water Resistant ist. Du kannst es also mit ins Wasser nehmen. Kommen wir nun auch schon zum Preis der IP-Geräte. Für 32 GB muss man 760 Euro ausgeben beim iPhone 7. Das iPhone 7 Plus bekommt man in der 32 GB Variante ab 899 Euro. Das teuerste iPhone ist dieses Jahr über 1000 Euro teurer. Und zwar mit 256 GB kostet das iPhone 7 Plus 1119 Euro. So, das war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Also, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.